Ja, grüß, da ist wieder Richard Kienzel. Wir haben heute ein Treffen gehabt mit dem Zivilschutz und da haben wir heute ausgemacht, was es dann gutes Seminar gibt. Es gibt dann zwei Angebote, einmal Nudeln mit Ragout und einmal Nudeln mit Tomaten-Sauce. Da haben wir Wasser dazu und auch einen kleinen Nachspeis. Wir taten uns freuen, wenn wirklich viele Leute kommen könnten und es wäre auch schön, wenn eben die Leute essen und wieder die große Gemeinschaft bilden, die wird man einfach sein hier in Südtirol. Eine Wallfahrt auch im Zeichen der Umwelt soll es werden. So wird gerade bei der Verköstigung der Abfall auf ein Minimum gesenkt, sagt Markus Leimecker vom Zivilschutz des Weißen Kreuzes. Wir sind ja aus einer Plastikwelt herausgekommen, weil im Zivilschutz ist es durchaus öfter der Umstand, dass man muss für hunderte bzw. tausende Leute kochen und da muss man natürlich leider Gottes auf Wegwerfgeschirr und Wegwerfbesteck gehen und durch einen Zufall in einer Sitzung in Florenz haben wir diese Firma kennengelernt, die rein kompostierbare Geschirrssätze und Besteck und sogar diesen Plastikbecherstack aus wie Plastik ist, aber genauso kompostierbar wie alles andere, was man da auf dem Tisch sieht. Und das ist für uns auch ganz, ganz wichtig, dass wir auch im Sinne der Nachhaltigkeit und des Umweltschutzes, wo immer es möglich ist, versuchen Plastik zu vermeiden. Die Sternwallfahrt nach Maria Weissenstein findet am 6. Oktober statt und bietet uns eine Möglichkeit, ein starkes Zeichen für ein soziales Südtirol zu setzen.